Musik Lena, mein neues Zimmer ist jetzt fertig eingerichtet. Alle Möbel sind aufgebaut. Hättest du vielleicht Lust, bei mir zu übernachten? Ja, das wäre toll. Warte mal, ich frage gleich meine Mama. Mama, darf ich heute bei Lisa übernachten? Ja, wenn du willst. Morgen ist ja keine Schule. Ich darf. Lisa, meine Mama hat Ja gesagt. Super, ich freue mich. Dann bis nachher. Mama, Lena darf. Schön, dann legen wir gleich mal die Gästematratze in dein Zimmer. Jetzt will ich gleich meinen Rucksack packen. Was machst du denn, Lena? Ich darf heute bei Lisa im neuen Haus übernachten. Oh, dann bin ich ja ganz alleine. Jetzt brauche ich noch meine Zahnbürste. Und vorsichtshalber nehme ich noch meine Taschenlampe mit. Ich werde aber am liebsten auch mitkommen. Ach, Anna, das geht nicht. Aber dafür hast du jetzt Mama ganz für dich alleine. Na ja. Soll ich dich schnell rüberbringen? Nein, Mama, ich möchte alleine gehen. Dann tschüss, mein Schatz. Und viel Spaß. Danke, Mama. Hoffentlich vermisse ich euch nicht so. Das wird schon klappen. Das wird schon klappen. Sonst ruft ihr einfach an. Tschüss. 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 Tschüss, Papa. Ich darf bei Lisa übernachten. Oh, schön. Na dann mal viel Spaß. Hallo. Hallo, Lisa. Ich dachte, ich hole die schnell ab. Ich bin nämlich schon so aufgeregt. Schau, hier wohnen wir jetzt. Oh, schön. Hallo, Lena. Hallo. Ich will dir sofort mein Zimmer zeigen. Komm mit. Das ist es. Toll. Es ist richtig schön hoch. Ja, nur es ist etwas kahl an den Wänden. Es fehlen noch Bilder. Wir können noch Bilder für dich malen. Gute Idee. Ich hole gleich mal eine Buntstifte. Ich male was ganz Schönes. Ich auch. Schau mal. Sehr schön. Und wie findest du meins? Auch toll. Jetzt sieht es hier schon viel besser aus. Sollen wir noch mehr malen? Ja, okay. Es gibt Abendbrot. Schau mal, Mama. Wir haben die Wände ja verschönert. Das habt ihr super gemacht. Wenn ihr wollt, kann ich euch später noch ein paar Fotos ausdrucken. Die könnt ihr dann auch aufhängen. Ja, das würde mir gefallen. Ah, wir haben Besuch. Hallo, Lena. Lena übernachtet heute bei mir. Prima. Dann bist du nicht so allein im neuen Zimmer. Mama, wir brauchen für Lena noch ein Kissen und eine Decke. Ja, das hole ich gleich nach dem Essen. Schau mal, Mimi, du hättest dich schon auf deine Matratze gemütlich gemacht. Ja, Mimi, strechle dich noch ein wenig. Aber nachher möchte ich mein Bett für mich alleine haben. Ich habe die Fotos für euch. Super, wir hängen sie gleich auf. Da waren wir zusammen beim McDonalds. Ja, richtig. Und das Bett im Baumhaus ist auch schön. Deine Bilderwand finde ich wirklich toll. Ich glaube, sowas mache ich mir auch mal. Ich mache noch ein wenig Musik an. Und ich habe auch noch ein neues Pferdeheft. Das muss ich dir zeigen. Oh, das hat schon ein Riss. Ja, leider. Aber da sind so schöne Pferde drin. Kinder, es ist schon spät. Jetzt ist Zeit fürs Bett. Oh, schade. Ihre Dusche hat sogar eine Sitzbank. Cool. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft gut, ihr beiden. Gute Nacht. Ich bin richtig froh, dass du heute hier schläfst. Im neuen Haus ist alles noch so ungewohnt. Für mich ist das auch komisch. Ich habe nämlich noch nie bei jemandem übernachtet. Außer bei Oma und Opa. Ja, aber mich kennst du ja auch gut. Ich mache jetzt das Licht aus. Okay. Lisa? Schläfst du schon? Nein, ich kann nicht schlafen. Und ich habe noch Durst. Okay, dann gehen wir in die Küche. Psst, sei leise. Wir müssen schleichen, damit wir meine Eltern nicht wecken. Okay. Mensch, wo ist denn der Lichtschalter? Ich kenne mich hier noch nicht wirklich gut aus. In meinem Rucksack hätte ich eine Taschenlampe gehabt. Gehen wir halt im Dunkeln weiter. Halt, was ist das für ein Geräusch? Das kommt aus der Küche. Bei uns hat es auch schon mal geraschelt. Dann war es unsere Katze. Ist jemand? Ah! Ah! Mama, was machst du denn da? Ich hatte noch Hunger. Und was macht ihr hier? Ich hatte noch Durst. Und wir können nicht schlafen. Dann mache ich euch jetzt noch eine warme Milch. Dann könnt ihr bestimmt gut schlafen. Mh, lecker. So, und jetzt aber ab ins Bett mit euch. Lisa, willst du auch mal bei mir übernachten? Ja, aber nur, wenn deine Mama uns nicht erschreckt. Hier geht es jetzt zu weiteren Videos von Familie Hauser. Und über diesen Button könnt ihr uns kostenlos abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.